Hi, ich bin Mila und mein magisches Hosteomorphel kann sich in alles verwandeln, was ich will. Hallo Herr Bürgermeister, guten Tag. Ich habe ein Problem, bei dem Sie mir hoffentlich helfen können. Oh, was ist es? Na, dieser Stadtteil hat viele Pflanzen und Bäume, nicht? Aber der Rest der Stadt könnte mehr gebrauchen. Könnte eins ihrer magischen Haustiere vielleicht dabei helfen, Bäume aus dem Wald in die Stadt zu bringen? Hm, aha. Mit Animes Hilfe könnten die Bäume selbst in die Stadt laufen. Oh, super. Jetzt kommt es auf dich an, Animi. All diese Bäume müssen in die Stadt. Wow! Kannst du einen schönen Ort in der Stadt finden? Sie braucht mehr Bäume. Du siehst müde aus, Animi. Ist alles okay? Animi muss sich erstmal ausruhen, aber sobald sie ausgeruht ist, erwecken wir noch mehr Bäume zum Leben. Schaut doch mal, wie es den Bäumen in der Stadt geht. Okay. Nicht in meiner Stadt. Sie müssen woanders hin, Herr Baum. Wow! Nicht hier! Oh! Jetzt kann ich nicht zurück nach drinnen! Oh nein, jetzt kann ich nicht weiterbauen. Oh, nicht schon wieder. Hi Herr Bürgermeister, da seid ihr ja. Die Baumidee funktioniert einfach nicht. Oh oh, wie können wir helfen? Könnt ihr all die Bäume zurückbringen? Na klar, verwandle dich in einen Hubschrauber. Sag deinem Papa, er soll aufhören Bäume zum Leben zu erwecken. Animi, hör auf Bäume zum Leben zu erwecken. Was ist los, Mila? Die Bäume machen alle möglichen Probleme in der Stadt. Ups, dann hören wir auf. Nicht in meiner Stadt. Danke, Mila und Morphel. Danke, Morphel. Jetzt komme ich endlich wieder rein. Was? Wo sind die Bäume hin? Ich glaube, das war der letzte. Ja! Wir haben alle Bäume zurückgebracht, Herr Bürgermeister. Wir bringen ihn zurück. Keine Sorge, der kann bleiben. Fuh! Hey! Woohoo! 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 Vielen Dank.